Danke schön und ein herzliches Grüß Gott. Vielen Dank, lieber Richard Gauss, für die Einleitung. Du hast die Latte jetzt sehr, sehr hochgelegt. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, durch welche Art von Vortragstechnik ich diesen Anforderungen hier jetzt gerecht werden kann. Ich probiere Folgendes. Ich möchte Ihnen gerne näher bringen, den Grund, warum ein Sozialversicherungsträger in Österreich sich mit dem Open Source Thema beschäftigt. Und ich möchte das gerne tun am Beispiel des Themas Business Intelligence und dazu Ihnen hoffentlich vielleicht die eine oder andere Kernbotschaft aus meiner Sicht hier vermitteln. Ein ganz kurzer Überblick über die Pentaho BI Suite zu geben, aus einer zugegeben natürlich sehr subjektiven Sicht einer großen Körperschaft der öffentlichen Rechts, nämlich der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft. Da gibt es natürlich keine Wahrheiten in dem Sinn, sondern da gibt es nur die Wahrnehmung aus unserer Sicht, was ein solches Projekt betrifft. Drei Beispiele für Analyseanforderungen, damit Sie sich ein bisschen vorstellen können, was wir in dem Bereich eigentlich als Anforderung haben. Dann das, was mich bei Pentaho, muss ich ehrlich zugeben, am Ende des Tages am meisten interessiert, das Data Mining Thema. Ich werde es auch versuchen kurz zu motivieren, warum es mich so sehr interessiert und schlussendlich, wie weit sind wir eigentlich. Wir sind natürlich längst nicht so weit beim Einsatz dieser Werkzeuge, wie wir gerne wären und ein kurzer Überblick, wie weit wir gekommen sind bei diesem Projekt bisher. Warum macht eine Sozialversicherung Business Intelligence? Man könnte es umgekehrt sagen, würden wir das nicht tun, dann wäre es nicht sehr businesslike und schon gar nicht intelligent. Wir haben derzeit ein Gebarrungsvolumen von 3,8 Milliarden Euro jährlich. Das heißt, wenn man bei einer derartigen Gebarung keine Business Intelligence hat, dann hat man ein Problem. Das ist keine Frage. Ungefähr zwei Drittel davon, ganz grob, entfällt auf die Leistungen der Pensionsversicherung für unsere Gewerbepensionisten. Und ganz grob ein Drittel bringen wir auf für die Krankenversicherung im Leistungsbereich der Aktiven und auch natürlich unserer Pensionisten. Das heißt, in Summe bewegen wir da einiges an Euros und genau das ist auch die Motivation, uns mit diesen Themen verstärkt auseinanderzusetzen. Das ist relativ klar, was vielleicht die Frage ist, die nicht so auf den ersten Blick beantwortbar ist, warum Open Source? Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist in unserem Fall ein ebenso einfacher wie strategischer. Wir haben als gesamte Sozialversicherung sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Abhängigkeiten. Mit Abhängigkeiten von Lieferanten, mit Abhängigkeiten von Produkten. Jetzt können wir natürlich sagen, dem Kreis vielleicht weniger, aber generell wird an dem Punkt natürlich gesagt, ja, mit Open Source haben Sie ja genauso Abhängigkeiten. Ja, aber ich habe schlicht und einfach eine Option mehr. Und eine Option mehr kann am Ende des Tages sehr, sehr viel Geld sein für die Sozialversicherung. Das ist der Punkt. Ganz klar ausgesprochen. Es geht gar nicht darum, wie viel Prozent Open Source wir einsetzen. Ja, wir setzen, wie Graus richtig ausgeführt hat. Wir setzen natürlich schon traditionell Open Source ein. Wir setzen auch immer mehr Open Source ein. Aber das ist gar nicht der wichtigste Punkt. Der wichtigste Punkt ist, dass wir daran denken, es einzusetzen. Und es auch beispielhaft tun im BI-Bereich. Ganz klar, ganz ähnliche Situation. Wir haben im Einsatz trägerseitig im Gesamtverband der Institutionen Sozialversicherung, SAS. Wir haben im Einsatz SAP BW. Und genau aus dem Grund habe ich gesagt, ich möchte mir Pentaho ansehen. Ich möchte ausprobieren, was in diesem Bereich zu machen ist mit dieser Art von Infrastruktur. Nachdem wir übrigens in einer Kernapplikation, und das hat uns sehr ermutigt, ein proprietäres System durch PostgreSQL abgelöst haben. Das war insofern ein sehr interessantes Projekt, als es die Benutzer nicht gemerkt haben. War auch sehr, sehr ermutigend. Es ist uns prophezeit worden, die schrecklichsten Tragödien und Untergänge, wenn wir das tun würden, unsere Endbenutzer haben es nicht gemerkt. Daher natürlich ganz klar, zum BI-Thema wollten wir in dieses Thema hineingehen und haben das auch getan. Das kennen Sie, glaube ich, recht gut, die Gesamtstruktur. Reporting gehört dazu. OLAP und Data Mining im Analysis-Bereich auch klar und eine grafische Aufbereitung. Dashboarding ist auch logischerweise mittlerweile ein Muss in diesem Bereich. Auch das finden wir hier vor. Das bildet sozusagen gemeinsam die Plattform. Was ein bisschen untergeht, und zwar zu Unrecht ein bisschen untergeht, ist das Thema ITL und die Metadatenverwaltung. Da haben wir auch sehr, sehr interessante Erfahrungen jetzt schon in der ganz kurzen Zeit sammeln können. Aber ich glaube, die Gesamtstruktur ist relativ klar und ist eigentlich genau das, was man sich von der BI-Suite erwarten würde. Beim Reporting geht es eigentlich immer nur darum, das ist für mich die Kernfrage, mit der wir uns auch beschäftigen, die bis dato nicht abschließend beantwortet ist, ob es ein Reporting-Tool gibt, das ich ohne IT-Fachleute sozusagen den Fachexperten, also den Nicht-ITlern, in die Hand geben kann, oder ob diese Erwartungshaltung eine zu hohe ist. Wir versuchen es. Es ist nicht abschließend beantwortbar bis jetzt, aber natürlich haben wir diesen Anspruch, dass wir ein Reporting-Tool auch in die Fläche bringen und ich nicht für jeden Report dann gleich einmal den Ruf nach der ITlerin oder nach dem ITler aus der Abteilung höre. Beim Thema All-Up finde ich die, finde ich die, die insgesamte Philosophie im Open-Source-Bereich sehr, sehr wohltuend, dass nämlich ein vorhandenes Produkt einfach adoptiert wurde, sozusagen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Ausdruck in der Community, aber sozusagen, da zum Beispiel der Mondrian-Server zu All-Up-Zwecken hier auch verwendet wird, der, glaube ich, auch im Konkurrenzprodukt sogar, also im Konkurrenz-Open-Source-Projekt verwendet wird. Das finde ich extrem wohltuend. Man muss nicht alles ständig neu machen, oft reicht es, eine gute Komponente zu integrieren und man hat alles, was man braucht. Ganz ähnlich natürlich Data Mining. Data Mining ist vom statistischen Know-how her ein derartiges Spezialgebiet, dass es völlig kontraproduktiv wäre, sich in so einem Projekt hinzusetzen und zu sagen, okay, ich mache jetzt, ich entwickle mich jetzt nebenbei zum großen Data Mining-Methodiker. Auch das ist richtigerweise hier offenbar nicht passiert, sondern es wurde das WK-Projekt genutzt, um hier die Werkzeuge zu integrieren in diese Gesamtumgebung. Die Dashboards sind für uns sehr von Interesse, da wir mittlerweile schon relativ stark in der Fläche individuelle BSCs haben, die zum Teil sogar, das ist in der Sozialversicherung ein bisschen ein Novum, für leistungsabhängige Gehaltsbestandteile auch herangezogen werden, auf der Führungsebene und wir hier gezwungen waren, relativ schnell, muss ich ehrlich sagen, im Lotus-Notes-Bereich, ein Dashboarding aus dem Boden zu stampfen. Und hier ist natürlich auch wiederum die ganz ähnliche Frage, können wir dieses sehr ad hoc und unter großem Zeitdruck entstandene Dashboarding ersetzen durch diese Funktionalität in der Pentaho-Plattform. Wäre zumindest unser Wunsch und unser Ziel für die nächste Zeit. Die Schnittstellen sind auch hier so, wie man sie sich heutzutage erwartet. Im Moment probieren wir gerade aus, ob wir über AJAX-Schnittstelle zum Beispiel für bestimmte grafische Dinge Google Maps reinbekommen. Das sind so die Dinge, die wir hier gerade in der Arbeit haben, wenn Sie so möchten. ITL, meiner Meinung nach sehr unter seinem Wert geschlagen in der Betrachtung. Warum glaube ich das? Ich glaube, wir haben immer noch in sehr, sehr vielen Gebieten, in sehr, sehr vielen Bereichen, eine Menge Aufwand mit genau dem Thema Extraction, Transformation, Loading, nur, dass wir es laufend händisch ausprogrammieren, gerade im Legacy-Bereich. Ist zwar nicht besonders anstrengend, aber sehr zeitaufwendig. Bindet Ressourcen, bindet Ressourcen eigentlich, die man für viel interessantere und viel, viel lohnendere Dinge einsetzen könnte, als dass man, wie in unserem Fall zum Beispiel, das M plus erste PL1-Programm schreibt, um bestimmte Datentransformationen vorzunehmen und das Ganze von einer Relation, von einer Datenbank in die andere zu schaufeln. Das heißt, für uns zum Beispiel in unserer Situation, ist natürlich abhängig von der Organisationsstruktur, aber in unserer Situation ist ein vergleichsweise unsexy Thema wie ITL von großem Interesse, weil wir uns schlicht und ergreifend damit den Ressourceneinsatz relativ schmerzfrei optimieren können. Würde ich also auch nicht geringschätzen eigentlich und ist für uns eine hochinteressante Sache, ebenso wie das Metadata-Repositore, das hier im Pentaho mitspielt. Auch hier ist es lehrbuchartig, das Problem seit 100 Jahren gelöst. Man hat irgendein schönes Metadata-Repositore, das dann auch für den Fachbereich zugänglich ist und für den Fachbereich verständlich ist. Ich weiß nicht, wer ein solches hat. Ich gratuliere, wenn das der Fall ist. Ich habe es nicht. Natürlich haben wir Data Dictionaries, wir haben sehr, sehr viel technisches Material zu den Metadata, aber das bringe ich alles nicht in die Fläche, das ist alles nicht verständlich für die Nicht-ITLer. Hier wäre unser großer Wunsch, dass man mal mit so einem Werkzeug so ein Thema wie ein unternehmensweites Datenmodell ehrlich und tatsächlich für die Nicht-Techniker handhabbar auch in die Fläche bekommen. Auch nicht von der Theorie her nicht der Big Deal, aber für uns ist es ein absolut wichtiges und zentrales Thema, dass mal unsere Fachleute, nämlich unsere Nicht-IT-Fachleute, wissen, was wir alles an Datenstrukturen mittlerweile zugreifbar haben. Klingt vielleicht widersinnig, ist aber für uns ein Riesenthema. Wenn meine Gesundheitsökonomen wüssten, was in unseren Rohdaten alles drinnen steckt, dann hätten sie a eine Riesenfreude und b ein halbes Jahr später ich auch. So hat keiner von uns eine Freude. Weder die Gesundheitsökonomen und in der Folge natürlich auch ich nicht. Als Finanzverantwortlicher meine ich dabei natürlich. Drei Beispiele. Heilmittelabrechnung. Wir bekommen natürlich sowohl von den öffentlichen Apotheken als auch von den Hausapotheken, also jene Bereiche, wo die Ärzte im eigenen Bereich dann Medikamente abgeben, monatlich Daten rein und diese Daten schwanken. Das ist beobachtbar. Es gibt verschiedene Erklärungsmodelle, die sind alle relativ unwissenschaftlich. Bis jetzt das Plausibelste ist, die Daten schwanken am stärksten mit der Anzahl der Arbeitstage im Monat. Ja, das ist wahrscheinlich ein Einflussfaktor, aber sicherlich nicht der einzige. Es spielt natürlich mit, die medizinische Situation. Also wenn hätten wir sozusagen viele spanische Gurken in Österreich, dann würde man das jetzt in der nächsten Woche spüren, in der nächsten Monatsabrechnung spüren, das wissen wir dann auch. Aber es gibt auch sehr viele Einflussfaktoren, die wir noch nicht kennen, die daher analysiert werden müssen. Denn in Wirklichkeit wird uns abverlangt eine Prognostik. Die Politik verlangt von uns, logischerweise, eine gewisse Prognostik, zum Beispiel für den Heilmittelaufwand. Ja, den Wunsch verstehe ich. Ich kann ihn nur nicht erfüllen. Ich kann ihn auch erfüllen, ich kann irgendwas prognostizieren. Aber das ist es ja nicht. Es sollte ja irgendwo eine mehrjährige Prognose möglich sein. Da brauchen wir Werkzeugunterstützung, da brauchen wir methodische Unterstützung. Beitragsvorschreibung und Zahlungseingänge. Wir sind einer von zwei Trägern, die tatsächlich die Beiträge selbst vorschreiben müssen und vereinnahmen müssen. Es ist zum Beispiel eine sehr interessante Fragestellung, wie korreliert die Summe, die bezahlt wird, um die Hauptfälligkeit, mit der Summe, die ich vorgeschrieben habe. Logischerweise wird nicht alles bezahlt, was ich vorschreibe. Interessant ist zum Beispiel das Verhältnis von vorgeschriebenem Betrag, wir schreiben quartalsweise vor, zu bezahlten Beträgen. In der Grafik, ich habe jetzt vorsichtshalber alle Zahlen ausgeblendet, aber in der Grafik sehe ich im Wesentlichen die obere Kurve, die vorgeschriebenen Beträge. Diese Kurve hier, die Beträge, die innerhalb eines 14-Tages-Fensters um die Hauptfälligkeit einbezahlt wurden und die untere Kurve innerhalb eines 7-Tage-Fensters in der Hauptfälligkeit. Hier, das sind die gemahnten Beträge und das hier sind die exekutierten Beträge. Also die Beträge, die unmittelbar in Exekution gehen. Warum ist das interessant? Das Verhältnis von vorgeschriebenen Beträgen zu bezahlten Beträgen ist immer gleich. Interessanterweise. Das schwankt in einem ganz, ganz engen Korridor. Oder andersherum gesagt, sobald sich dieses Verhältnis ändert, ist es ein gesamtwirtschaftlicher Indikator. Das System reagiert sehr schnell. Warum? Warum? Solange jemand das Geld hat, im Normalbetrieb, zahlt er die Sozialversicherungsbeiträge. Warum? Ganz einfach, weil ohne weiteren Verfahren sofort der Exekutor kommt, wenn ich es nicht bezahle. Das heißt also, also ohne weiteren rechtliche Abhandlung. Das heißt, ich erkenne an diesen Verhältniszahlen, und deswegen wird das sehr, sehr genau beobachtet bei uns, und wird auch einer tieferen Analyse zugeführt, relativ schnell, wie wir insgesamt vom Gesamtgeschäft her liegen. Hier, das täuscht natürlich, also hier ist einfach noch der Exekutionsstichtag nicht gewesen, zu dem Zeitpunkt, wo das ausgewertet ist. Also das heißt, die Kurve geht hier irgendwo ein bisschen näher. Also, Beitragsvorschreibungen, Beitragseinnahmen korrelieren sehr stark, interessanterweise in diesem Korridor da unten, also ungefähr bei einem Faktor von 1,3. Unabhängig vom Betrag, das eine waren 440 Millionen, das andere waren 550 Millionen. Das Verhältnis, vorgeschrieben zu bezahlt, bleibt gleich. Ganz interessant aus meiner Sicht, aus der betriebswirtschaftlichen Sicht. Transportkosten, wir liegen relativ hoch bei den Transportkosten. Der Hauptverband fragt uns, und auch das Ministerium fragt uns natürlich, warum liegt der so hoch bei den Transportkosten? Gute Frage. Das heißt, es ist nicht nur das Eigeninteresse, die eigene Neugierde und die eigene Planung. Wir werden selbstverständlich von den Stellen, die uns in der Sozialversicherung freundlich ausgedrückt begleiten, zunehmend auch gefragt, warum sich das System so verhält, wie es sich verhält. Eine riesen Herausforderung von der Analytik her, eine riesen Herausforderung von der Datenanalyse und natürlich auch von der zugrunde liegenden Werkzeugsituation. Darum beschäftigen wir uns sehr intensiv und daher ist es für uns sehr interessant, so etwas wie Pentaho verstärkt einzusetzen. Data Mining, Erforschung, Analyse großer Datenmengen, die haben wir, mit automatischen oder semi-automatischen Werkzeugen. Um, und das ist jetzt eigentlich das Wort, wo der Mensch mitspielt, bedeutungsvolle Muster und Regeln aufzufinden. Wenn Sie bedeutungsvoll streichen, sind Sie im reinen Softwarebereich. Sind Sie im rein algorithmischen Bereich. Bedeutungsvoll kann Ihnen kein Algorithmus der Welt abnehmen. Die nächsten 100 Jahre. Also, das heißt, ganz zum Ende, und das ist für uns der enorm spannende Bereich, dort, wo es ums Wissen geht, dort muss letztlich der Mensch eingreifen. Ansonsten ist natürlich das Auffinden der Zusammenhänge im Data Mining Prozess algorithmisierbar aus der Statistik heraus. Warum glaube ich daran? Warum bin ich davon überzeugt, dass das für die, zum Beispiel für die Sozialversicherung, aber für alle Leute, die sich irgendwo mit solchen Makrozusammenhängen beschäftigen, ein zentrales Thema wird? Oder die umgekehrte Frage, was habe ich gegen statistische Hypothesentests? Gar nichts. Der einzige Nachteil an der Testtheorie, an der statistischen Testtheorie aus meiner Sicht, und aus meiner beruflichen Erfahrung ist, ich brauche eine Hypothese. So widersinnig das klingt. Das ganze Instrumentarium der Hypothesentests erfordert eine Hypothese. Und das klingt in der Theorie ganz einfach, natürlich habe ich eine Hypothese. In der Praxis ist die Frage, bei den Zahlenfriedhöfen, die wir haben, woher bekomme ich das Rohmaterial, woher bekomme ich die Zusammenhänge, woher bekomme ich die Vermutungen? Und da bin ich genau beim Täter meine. Und deswegen verfolgen wir das sehr stark, und deswegen erwarten wir uns sehr viel, auch im Rahmen der Pentaho, BISWIT hier, für unsere Arbeit der nächsten zehn Jahre. Wir bekommen hier ein unglaubliches Instrumentarium, damit haben sich Statistiker, ich weiß nicht, 50, 100 Jahre beschäftigt, wir bekommen dieses Instrumentarium gratis. Das ist unglaublich. Also, das ist unbezahlbar. Natürlich, Sie haben schon recht, ich muss natürlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit befassen, die müssen auf das ausgebildet werden, ich muss investieren ins Humankapital, keine Frage. Aber ich bekomme unglaubliches Know-how gratis. Alleine was mit Cluster-Analyse, da beginnen Sie mit dem Allereinfachsten, mit der Assoziationsanalyse, wenn, dann. Also, wenn das vorliegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, oder dass das auch vorliegt, sehr hoch. Natürlich haben Sie bei der Assoziationsanalyse 99% Schrott. Und der Täter-Miner produziert Ihnen natürlich bei den Assoziationen 99% Schrott. Also, dass die Wahrscheinlichkeit des Ablebens sehr stark korreliert mit dem Alter. Ist klar, da braucht kein Täter-Miner dazu. Und natürlich findet Ihnen das der Täter-Miner. Das ist ja die Schuld vom Täter-Miner. Interessant ist das eine andere Prozent. Den einen Zusammenhang unter 100, der der Täter-Miner findet, wo Sie sagen, unglaublich, wieso, warum? Sie fragen alle Ihre Experten und alle sagen, interessant, keine Ahnung. Also, es geht mir nicht um die 99%, wo man dann sagt, nee, brauche ich ja keine Software dafür, das weiß ich selber. Es geht um das eine Prozent, wo dann alle sagen, unglaublich. Clust-Analyse kennen Sie natürlich, Erklärungsmodelle über die Regressionsanalyse bis hin, dann ins halbmystische, neuronale Netze, trainierbare Netze, for free. Sie haben ein, könnte man unten dran, könnte man gut unten dran stellen. Also, ein unglaubliches Instrumentarium, for free. Nicht ganz, Sie brauchen das Know-how, Sie müssen das Know-how aufbauen, aber wenn ich mich mit, zum Beispiel, das ist ein Beispiel, wenn ich mich damit auseinandersetze, investiere, das Ganze aufbaue, bekomme ich unglaubliches Know-how eigentlich zugeliefert. Und da muss ich sagen, das ist für mich schon ein gewaltiger Anreiz. Ein gewaltiger Anreiz. Und zwar überhaupt nicht aus technischer Sicht. Natürlich interessiert es mich auch technisch. Natürlich hängt mein Herz auch an dem ganzen Umfeld. Und das ist alles hochinteressant. Aber am Schluss sind das Dinge, die wir hier bekommen, in einem zentralen Umfeld unserer ganzen Gesellschaft, zum Beispiel der Sozialversicherung, ohne dass wir hier noch einmal überhaupt das Rad von Neuem erfinden müssen. Wie weit sind wir gekommen? Im Reporting sind wir jeweils im Proof of Concept. Das heißt, das funktioniert natürlich. Na klar, das war nicht sehr überraschend. Davon ist auszugehen, dass so ein Ding ein zeitgemäßes Reporting-Tool hat. Wie gesagt, große Frage für uns und spannende Frage für uns. Wie weit kann ich das an Nicht-Techniker ausrollen? Da sind wir selbstverständlich noch am Arbeiten. Die Analytik, die für uns natürlich auf der Finanzebene und auf der Fachebene ganz, ganz spannend und ganz, ganz interessant ist, sind wir im Test. Da sind wir noch nicht wirklich im Fachbereich im Proof of Concept. Gleiches gilt aus Ressourcengründen in erster Linie, muss ich ehrlich sagen, für das Dashboarding, für den Dashboard-Modul, wo wir aus einem gewissen technischen Eigeninteresse heraus recht weit gekommen sind, im Bereich ETL und Meta-Data-Repository. Die Techniker sind natürlich wie überall mit knappen Ressourcen bestückt. Das heißt, Themen, wo auch die Techniker sagen, ja, das ist eigentlich auch für uns gar nicht so unspannend, die gehen noch eine Spur besser, sage ich einmal, als Themen, wo die Finanzleute oder die Fachbereichsleute sagen, ja, das brauchen wir unbedingt. Also logischerweise, und das sieht man auch hier an den grünen und gelben Markierungen sehr deutlich, am besten gehen die Themen, die beide Bereiche interessieren und das ist auch in der österreichischen Sozialversicherung nicht anders. Ich erwarte mir von solchen Werkzeugen inhaltlich sehr viel, aus den genannten Gründen. Es ist nicht mehr möglich, in Anbetracht der Datenmenge klassisch vorzugehen. Man wird nicht fertig. Also sich zu überlegen, was könnte denn sein, dann ein kleines Programm zu fabrizieren, das irgendwelche Rohdaten extrahiert und dann irgendwo ein nettes Statistikmodul drauf anzusetzen, es geht nicht mehr. Also das sind Glückstreffer, die immer da landen, das gibt es auch immer wieder, aber das sind Glückstreffer. Systematisch, und das ist meine absolute Überzeugung, geht der Weg über solche Mining-Werkzeuge, um einmal diesen ersten Schritt, man wird von den eigenen Rohdaten erschlagen, einmal zu beheben. Und zweitens, die IT-strategische Komponente bei dem Ganzen, die ich zu Beginn angesprochen habe, ist der zweite große Benefit, den wir aus dem Open-Source-Thema ziehen. Jede Alternative für uns ist gut. Wir sind nicht ideologische Open-Source-Verfechter. Warum sollten wir? Wir sind Verfechter von Alternativen, schlicht und einfach deswegen, weil wir mit alternativen Losigkeit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Nicht nur wir, auch andere, aber die Sozialversicherung hat da natürlich schon einige Erlebnisse gehabt, was das bedeutet, wenn Sie genau einen Lieferanten haben und Sie sich dann überlegen können, ja, riskiere ich es, zwei Millionen Pensionen auszuzahlen oder nicht. Ich darf Ihnen eines versichern, Sie werden es nicht riskieren. Und ich darf Ihnen auch versichern, Ihr Lieferant weiß das. So, jetzt können Sie sich ungefähr vorstellen, wie Sie in so einer Situation verhandeln. Und daher ist Open-Source neben anderen Alternativen für die österreichische Sozialversicherung ein zutiefst strategisches Thema. Deswegen beschäftigen wir uns damit, deswegen ist es für uns vom größten Interesse, weil es eine weitere Alternative zu allen von uns ebenso geschätzten, wertgeschätzten Partnern in der Zulieferkette darstellt. Also, selbst wenn ich jetzt innerlich zutiefst überzeugt wäre, dass Open-Source sozusagen ideologisch richtig wäre, könnte ich es jetzt auch nicht sagen, als jemand aus der österreichischen Sozialversicherung. Ich darf aber sehr wohl sagen, dass jede vernünftige Alternative für die österreichische Sozialversicherung im Bereich dieser Systeme eine wichtige Alternative darstellt. Und genau deswegen tun wir das auch, was wir hier tun. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit sehr bedanken. Ich weiß nicht, ob noch die Zeit für die eine oder andere Frage bleibt, aber jedenfalls ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit hier zu diesem Vortrag. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.